Niemand stehlt unsere Kinder... und lebt! Komm, geh'n! Gut. Wir haben, wie ich sehe, keine einzige Waffe von vorher. Wäre auch etwas ungewöhnlich. So. Okay, die Dinge nochmal auf. Okay. Oh, wie unfair. Ich verstehe. Bist du jetzt hier hintergekommen? Okay, also das ist Talent, warum er das hingekriegt hat. So. Muss ich durchgucken. Da haben wir was. Das ist das andere da hinten. Das sagt mir zurzeit nichts. Okay, da waren wir schon mal. Jo, okay, gut. Können wir das? Können wir sie jetzt hier reinwagen? Waschbecken. Oh, ein. Waschbecken. Wo man daraus laufen kann. Find ich gut. Jo. Wenn man viel Zeit hat, kann sich das Leben wieder regenerieren lassen. W�� viel Zeit. So. Ja. Dann, bist du vorher. Wo ist denn, wie was ich da noch angezahlt habe? Wo ist das? Ich bin hier noch mal. Hier ist es. Ich bin maß. Ich bin alleine. Da, wie haben wir auch zu machen. Bei mir ist das Impfstoff. Was ist das? Ich finde es interessant, dass sie eine Kamera auf unserem Schiffchen haben, mit dem wir hier angekommen sind. Oh, da ist die Laufschlüsselkarte. Ein First Aid Kit. Nehmen wir auch gerne mit. Scuba Gear. Air Tank. All die Sachen, mit denen man sicherlich was anfangen kann. Oh, Alp-Bombs aufgesammelt. Schau mal, einer guck. Wie frech. So, der lagert uns nicht. So, ähm. Hier war das Laufschlüsselkarte. Ach ja, die brauchen wir hier oben. Und jetzt? Die Tür hier ist jetzt auch. Okay. Aufzug noch mal nach oben. Ah, das haben wir doch eben gesehen in der Kamera. So, jetzt noch ein bisschen raus. Krampazamba machen. Den Schiepen weglatzen. Irgendwelche Schalter drücken. Wollt schon nichts schief gehen. Aua, 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 aua. Ach du Scheiße. Was machen wir das jetzt? Shotgun-Punition, die nehmen wir noch mit. Out of order. Was hat dieser Schalter jetzt bewirkt? Okay, die Tür geht so auf. Ah, da war irgendwo noch ein Schießwittiger. Hier war irgendwo gerade ein Schalter da. Atomic here, Jetpack. Ja, das ist doch mal nett. So, jetzt ist mal den Aufzug runter. Ach, das war das. Mal wieder hoch mit dem Aufzug. So, Jetpack. So, schön, 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 schön. Ein paar Sachen mitgehen lassen ist immer gut. Eih, ich schau mal einer, guck. Dort haben wir einen geweckt. So, so. Interessant. Nein, liebe Raketenwerfer, bist du bescheuert. Alter, gut, dass er verfehlt hat. Okay, interessant. Okay. Piu. Okay, jetzt haben wir vielleicht eine Schlüsselkarte. Ja, genau. Gleich mal übertreiben hier. Oder damit spielen wir hier. Naja, fast. So, ähm. Scheiße, wie gehen die guten Waffen aus? Ich speichere besser jetzt mal an dieser Stelle. Ich speichere besser jetzt mal an dieser Stelle. So, damit haben wir das erste Level von Lunar Approach. Ready. 10 Minuten haben wir dafür gebraucht. 2 Minuten 30 Minuten wäre die Rekordzeit oder sowas. Interessant. 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 Okay. Was gebe ich über Shotgun Munition? Ah, wer sagt's denn? Oh. Die Dinger möchte ich lieber so loswerden. Okay. Ist frei, irgendwelche Freiwilligen, die sonst noch sterben wollen. Kannst du nix machen. Oh. Tja, da ist noch nix hinter gewesen. Pipe Bombs. Interessant. Es werde Licht. Oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße. Geht doch, geht doch, geht doch. Das ist so cool gelaufen. Oh, guck mal, Tomic, hier. Das muss ich doch gleich speichern. So, ohne die rausgeflogen bekommen, die beiden hässlichen Viecher. Die Tür ist jetzt offen. Und hier noch nie, da ist eine Energie-Wahn-Durchschnitt, die nicht durchgummen. Oh, das geht schon alleine auf. Ja, okay. Oh, Laser-Tipp-Bombs. Das nehme ich auch gerne. Kann ich hier noch irgendwas machen? Muss ich irgendwo n' Schalter geben. Oh, hier geht's hoch. Das ist die Selbstschutzanlage, die ich sterben möchte. Stricted Area. Ja, genau, wir spawnen jetzt mit den Viechern. So, ähm, save-game. Okay, gut, das ist eine Leiche-Wahn-Durchschnitt, und Yuki freut sich, und dann kann Yuki. Oh, die Viecher freu ich mich eher nicht so. So. Oh, diese ganzen kleinen Schleimpfeln sind einfach überall wie, oh, eine Frau. Oh, ähm, da hat er eine Bumme gemacht. Sogar auf die Tür? Ist auch immer da. du sagst auch kill me schon leicht pervers wow die wanna spielen so und auch wer von den kleinen grünen schleifchen haben auch ein bomba da war ich halt mal drei ketten aus dass du da brauchen die green access card dann gehen wir noch mal hier in der google zu finden jeder weg ja genau praktisch erst mal durch das teil hier durch lieber jetzt weg bevor sie später unangenehm werden jetzt haben wir die schlüsselkarte dann können wir jetzt hier hinter der tür aufmachen wenn wir das hinkriegen unsere freunde freuen so ist zu gucken was was noch mehr damen waren wir schon da waren wir schon da waren wir schon da waren wir schon gut ähm oder hinter weiter schade Was glaube ich haben wir jetzt verändert? Ach, das Wasser da unten. Okay. Oh, oh, oh! Nehmen wir doch einfach das hier. Boah! Da ist ja mal ein ordentlicher Sock drauf. Joah, ammo for free slower. Den wir nicht haben. Ach guck mal, machis. Gut, dass ihr da nicht rüberkommt. Sooo. Hm. Oh Gott, eier. Ganz viele eier. Ganz viele eier. Oh nein, 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 nein. Aber da braucht man rauf in die Hand nicht, sonst machst du es nicht. Rauchen. cinк TRETEN! TREETEN! Ah! Ja, Pipe-Bombs, okay. Kutz hierhin hüpfen. Ich sterbe mich hier noch auf den letzten 2 cm, oder was? Die arme Dame haben sie auch ordentlich angenagelt. Oh! Wer da was schießt da auf mich? Gott, der Schwinker! Hier! Ich zertrete dich, du Wurm! Ein Jetpack. Mal scheiß, was lebt bei denen hier nicht. Aua, 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 au nee auch nee auch nee 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 holy shit sage ich dazu auch echt 25 leben oder was ging es angefangen hat nein warum habe ich nicht gespeichert warum habe ich nicht gespeichert warum habe ich nicht ich bin da so ein scheiß entering incubator also gut weiter geht's vorne das ganze so wir haben da die resided area aufgemacht gehabt das heißt wir können jetzt hier die luft jagen lassen das anschließen lassen und holenjuck abbreiten freeze thrower abgreifen und da damit kann ich leben kommen wir wieder raus du bist sofort vor die flinte der junge haben wir das haben wir das haben wir das gut da können wir jetzt hier oben nein wir müssen den typen loswerden das ist mir hier da schön aua aua so hässiger exploder ja genau hüpft mir vor die nase dass ich einfach zertreten ich glaube schott ist ein bisschen zu übertrieben bei den viechern aber was sollst du nein 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 guter nicht heute so ähm hier immer rum da immer rum und einfach puff ach geh halt kann foto hässiges du scheißvieh boah geht doch viele raketen verbraucht weil man wie so ist haben wir die schlüsselkarte wir haben auf der schluss in dem maschinengewehr mit rechts ist damit rum die schei ist sicher so ja genau packte ich erst mal hier rein was bei dir da komm schon geht doch jetzt sagen wir uns daraus wenn der ich hier ein bank kann können wir uns daraus packen aber ich unterschreibe das besser nicht kram mitnehmen vorher tauchen wollen die leute weg vielleicht sollten wir uns so ein pack mal reinziehen so du hast uns eben das Leben gekostet Ammo for the Waste das ist doch die 8 oder ja gut aber ich hab die ist ein bisschen zu krass an dieser Stelle wir müssen uns hier mit so einem Vieh muss ein bisschen schwimmen muss ein bisschen aufräumen Röchter und äh ups Allah Röchter Tür öffnen Tür öffnen so und einmal auch du scheiße Nachbarn hier grüßen und einfach sagen YAY Level completed und da habe ich mich öffnen für diese Aufnahme heiuiui da habe ich gerade irgendwie ne gerade mich irgendwie nicht so ganz so drin in dem Spiel etwas zu nervös von daher Red's Rock und wir sehen uns im Rob-Dingsbums wieder und dies alles mal speichern und ja bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal